Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Das ist aus Psalm 23. Glaubst du das, dass er dein Hirte ist und dass dir deshalb nichts mangeln wird? Lass ihn einfach dein Hirte sein. Ja, lass ihn dein Hirte sein. Hoffnung um 12. Wir wollen dich ermutigen, einfach grenzenlos. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet-admissionswerk.de, im Chat oder auch am Telefon heute bis 13 Uhr. Einfach grenzenlos, das wird morgen bei unserer Gebetsnacht das Thema sein. Es ist nicht einfach, grenzenlos zu sein, weil so viele Menschen, die sich für Christus entscheiden, Christ zu werden, das ist eine ganz schöne Sache. Aber oftmals ist für die Menschen das nur ein Farbwechsel. Das heißt, oder Namenswechsel von Ungläubige zum Gläubigen, von Nicht-Christ zu Christ. Jetzt bin ich Christ, aber das ist viel mehr. Unendlich grenzenlos, einfach grenzenlos. Viele nehmen mit ihrem Christsein die Barrieren mit sich, die Grenzen mit sich und leben dann ein christliches Leben innerhalb den Grenzen, die sie kennen. Aber Christsein bedeutet, dass wir auch alle Grenzen ablegen können. Alle Grenzen, die uns die Welt irgendwo gegeben hat. Es ist wirklich ein grenzenloses Leben mit unserem Herrn. Und es ist nicht so, wie wenn man von einem Betrieb zum anderen wechselt, sagt man, dort bekommt man mehr Geld, das sind bessere Umstände und bessere Freunde oder was auch immer. Nein, Christ zu werden bedeutet mehr, wie nur einen anderen Namen zu tragen und zu Gott anzubeten. Das heißt wirklich, frei zu sein und dass die Grenzen fallen. Mach es dir bewusst, sei auch morgen mit dabei, da erfährst du wesentlich mehr, wie man sowas tun kann. Danke, Herr. Dass denn jeder begreift, der ja zu dir gesagt hat, Herr, dass die Grenzen fallen. Herr, dass wir nicht die Grenzen unseres alten Lebens mitzunehmen haben und uns sagen einfach, Herr, komm, sei du mit mir in meinen Grenzen. Sondern, dass wir mit dem grenzenlosen Gott das Grenzenlose erleben dürfen. Amen. Amen. Ein Anliegen einer Mutter für ihre Tochter. Ein ungewöhnliches Gebetsanliegen. Sie schreibt, meine Tochter hat sich an einer Nudel verschluckt und kann seither nicht mehr viel essen. Sie hat in zwei Wochen fünf Kilo abgenommen. Sie leidet an einer Angststörung. Bitte betet für sie, dass Gott sie von der Angststörung heilt und sie wieder ganz gesund wird. Vielen Dank für eure Gebete. Und Jesus, wir danken dir, dass du auch ein Gott bist, der Angst besiegt hat. Angst besiegt am Kreuz von Golgatha. Und wir sprechen jetzt in diese Tochter, in dieses Leben, deinen Frieden hinein. Wir sprechen deine Kraft und deine Freude hinein. Und deine Heilungskraft, danke Jesus, dass du derjenige bist, der diese Angststörung wegnehmen kann. Und ich danke dir, dass wir diese Angst entmachten durch das Blut, Jesus. Und dass diese Tochter wieder völlig heil sein darf. Dass sie wieder essen kann. Und dass sie nicht mehr an diese Sache denken muss. Danke, Jesus, dass du der Eingreifende bist und dass du der Herr bist. Und dass du alles wiederherstellst in ihrem Leben in deine göttliche Schöpfungsordnung. Danke, Jesus. Amen. Amen. Und folgendes Gebetsanliegen erreicht ihr uns per E-Mail. Bitte betet für meinen Bewegungsapparat. Gelenke, Muskeln, Sehnen, Nerven. Besonders linke Hüfte und linkes Knie. Und Jesus, du kennst diese Person, die eine Rundum-Erneuerung braucht an Muskeln, Sehnen und Nerven und was auch immer. Und ich danke dir, Jesus, dass dein Heilungsstrom jetzt durch diesen Körper fließt. Und ich danke dir, dass du alles neu machst. Dass du alles wiederherstellst. Dass du derjenige bist, der Heilungskraft hat und der in diese ganze Situation Normalität hineinbringt. Danke, Jesus. Du bist der Herr auch über diese Person. Und wir danken dir, dass deine Wiederherstellung funktioniert. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreib uns dein Anliegen, wenn wir für dich beten sollen. Die Infos sind eingeblendet. Für Eltern ist es besonders schlimm, Kinder zu verlieren. Und so bittet auch diese Mutter um Gebet. Ich bin seit dem Tod meines Sohnes nicht wieder richtig gesund geworden. Habe viel Darmprobleme. Ich wünsche mir wieder Kraft, Stärke und Heilung, damit ich für meine Familie und Freunde da sein kann. Ich möchte wieder regelmäßig zu Gottesdiensten gehen können. Ich möchte auch ganz besonders allen danken für das Vertrauen, uns diese Gebetsanliegen zu schicken. Und wir beten sehr, sehr gerne dafür. Danke, Herr. Du kennst jetzt auch hier die Mutter, die den Sohn verloren hat. Und ich danke dir. Herr, schenke ihr die Kraft, auch das Herr richtig loslassen zu können. Herr, sie kann nichts mehr ändern und die Situation ist so, aber du bist mit ihr. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir deinen Frieden und die ganze göttliche Funktionalität eines Körpers in diesen Körper hineinrufen dürfen. Und dass alles, was klemmt und verklemmt ist und, Herr, auch die Psyche, Herr, dass alles wieder in Normalität kommt. Und, Herr, dass sie wieder ein Empfinden hat für deine Liebe, für deine Ruhe und für deinen Frieden. Ich danke dir dafür, dass du ein Ganzes an ihr tust. Amen. Ein Mann aus der Schweiz bittet um Fürbitte und schreibt Folgendes. Guten Abend, liebes Missionswerksteam. Wir haben soeben Heilungen durch euer Gebet gelesen. Das gab uns Mut, sie zu bitten, für einen Mann zu beten. Es ist ein junger Familienvater. Er ist schwer krebskrank und nun haben ihm die Ärzte heute gesagt, sie können nichts mehr für ihn tun und haben ihn auf die Palliativabteilung verlegt. Wir beten schon ein halbes Jahr und glauben, dass Gott ihn berührt. Vielen Dank für Ihr Gebet. Ja, wenn keiner mehr was tun kann, Gott kann was tun. Und da glauben wir. Und es ist uns von der Bibel her erlaubt, bis zur letzten Sekunde zu glauben. Und da wollen wir anpacken. Und ich danke dir dafür, Herr. Du siehst diese ausweglose Situation, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Danke, Herr. Herr, du hast auch einen Krebs besiegt und jede tödliche Krankheit. Und ich danke dir dafür, Herr, dass wir jetzt dafür beten dürfen, Herr. Danke, Herr. Nimm es weg, Herr. Danke, Herr. Lass diesen Menschen wunderbar deine Gegenwart, aber auch, Herr, Gesundheit erleben. Ich danke dir dafür, Herr, dass dein Wille geschieht. Aber wir dürfen, Herr, wir dürfen dafür beten. Und wir haben schon so oft Wunder erlebt und konnten schon so oft von dieser Stelle auch von Wunder berichten, wo Menschen, wo Menschen keine Hoffnung mehr hatten und alles wieder gut wurde. Danke, Herr. Ich möchte euch von einer Gebetserhöhung berichten, schreibt eine Frau. Mein Neffe hat den Abschluss seiner Berufsausbildung gemacht. Nun hat er sein Zeugnis bekommen und darin sind sogar nur sehr gute Noten. Ausdauer war sein großes Thema und diese Hürde konnte er dank Gottes Hilfe schaffen. Vielen Dank für alle Gebete. Ja, Ausdauer, das ist ein großes Thema. Einfach dranbleiben an dem, was Gott bereit hat für uns. Einfach vertrauen und diese Ausdauer einfach, ja, einfach. Ist nicht so einfach manchmal, aber es lohnt sich dran zu bleiben. Gesundes Kind, eine Gebetserhöhung. Bei einer Schwangerschaftsuntersuchung bei meiner Schwiegertochter wurde eine mögliche Behinderung des Babys festgestellt. Ich danke allen für das Gebet. Mein Enkelsohn ist gesund auf die Welt gekommen. Meine Schwiegertochter hatte eine schwierige Geburt. Danke, Jesus, dass sie diese gut verarbeitet hat. Was das für eine Erleichterung ist, kann man nachvollziehen, ein gesundes Kind zu haben. Gott erhört Gebet. Mein Gebetsanliegen war die Bitte um Heilung für meine Tochter. Sie hatte mit 15 Jahren Knochenkrebs. Seitdem hat sie im rechten Bein eine Endoprothese. Im Januar dieses Jahres hatte sie einen Unfall und ihr Bein ist angebrochen. Es wurde einige Zeit überprüft, ob eine Erneuerung der Prothese notwendig sein muss, was aber erhebliche Folgen haben kann. Ein großes Wunder ist geschehen. Das Bein meiner Tochter ist wieder geheilt. Sie muss nicht operiert werden, hat eine sehr gute Physiotherapeutin und kann wieder gut laufen. Ich bin so dankbar und danke sehr für ihr Gebet. Gott ist groß. Ja, und das ist wahr. Und aus der Schweiz schreibt uns eine Frau Folgendes. Ich habe während des Gottesdienstes im Live-Chat das Anliegen, Gesichtsfeld und eventuell Führerscheinverlust mit der Bitte um Gebet eingestellt. Es lief alles wunderbar und ich spürte ganz stark die Führung durch den Heiligen Geist. Und ich spürte ganz stark die Führung durch den Heiligen Geist. Ich darf weiter Autofahren. Halleluja. Wie wunderbar. Ist das nicht wieder so wunderbar und so herrlich, so viele unterschiedliche Gebetsanliegen gehört zu haben? Und Erhörungen auch, das waren erstmal Anliegen. Dann fragt man sich auch manchmal, warum muss überhaupt ein Unfall passieren, dass Gott wieder ein Wunder tun kann? Es gibt so viele Dinge, wo wir keine Antwort drauf haben. Aber wir glauben, Gott tut Wunder und wir sehen es, wir erleben es. Hast auch du es erlebt, lass es uns wissen. Die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet oder schick uns einfach eine E-Mail. Ich möchte dir heute den Tipp mit nach Hause geben. Du bist wahrscheinlich schon zu Hause, aber mitgeben. Und erkenne die Grenzen, die du vielleicht noch hast und nicht losgelassen hast. Wo du sagst, Herr Jesus, ja, da und dort und da bewegt sich nichts und dort nichts. Und da glaube ich nicht mehr und da glaube ich nicht mehr, weil sich nichts bewegt. Gib Gott wirklich alles ab, dass die Grenzen, die Barrieren fallen und das ganze Spektrum möglich ist, was bei Gott möglich ist. Wenn du Hilfe im Gebet brauchst, darfst du uns gerne deine Anliegen schicken. Wir beten dafür. Und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, heute am Telefon bis 13 Uhr und morgen, morgen, morgen ist es soweit. Gebetsnacht am 18. September, 14 Uhr. Leider ohne Menschen wegen, ja, acht, sechs Stunden mit Maske in der Kathedrale sitzen ist unmöglich. Darum ist es viel besser. Zu Hause darf man singen, zu Hause darf man laut beten, ohne Maske. Und sei mit dabei. Du kannst auch morgen im Live-Chat dir uns wirklich deine Anliegen mitteilen. Es ist ein ganzes Team da, das es uns auf die Bühne weiter leitet. Und wir beten dafür und wir freuen uns, was morgen geschieht. Und sei einfach dabei, nicht nur irgendwo schnell mal reinschauen, sondern genieße die Zeit mit Gott. Gib Gott wirklich mal diese sechs Stunden und lass wirklich Gott an dir arbeiten. Nicht, weil wir gut sind oder was auch immer. Nein, nimm dir Zeit für Gott und lass Gott an deinem Leben arbeiten. Er möchte dich verändern. Der Herr segne dich und wir freuen uns, wenn du morgen dabei bist. Alles Gute, Gottes Segen. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.